Hallo zusammen, heute möchte ich euch einfach berichten über die Forever Produkte, zum Beispiel Aloe Vera Getränke von Forever und eben habe ich erklärt, was für ein Getränk ist, also über das Getränk Forever Aloe Vera Gel und wir haben auch das Produkt gesehen, wie es aussieht und jetzt möchte ich euch das zweite Produkt zeigen und zwar es geht um diese Aloe Vera Berry Nectar. Also das Produkt ist auch sehr sehr hochwertig und von daher präsentiere ich euch einfach wie das Produkt ist. Also auf dieser Seite, wie Sie sehen, sehen Sie zum Beispiel Cranberries, also verwendet mit Haldenbeeren, das Produkt ist einfach aus Haldenbeeren und großfrütige Moshbeeren. Und von daher sind in diesem Produkt einfach, das Produkt ist einfach, das Getränk ist einfach reich an Vitamin C und Antioxidantien, also sekundäre Pflanzenstoffe auch sind enthalten. Und von daher, das ist auch ein sehr gutes Produkt, weil ich persönlich habe auch das Produkt versucht und bin wirklich sehr positiv überreicht, was den Inhalt so angeht. Und 90% sind von reinen Aloe Vera Gel, also 90% und alle wunderbaren Nähstoffe der Aloe Vera kombiniert mit Moshbeeren, also Cranberry und Äpfel. Und der Genuss ist einfach besonders, ja sehr gut und es ist auch sehr beliebt bei den Kindern. Sie können das für ihre Kinder kaufen, sie werden auch sehr sehr lieben, wenn sie auch zum Beispiel Aloe Vera Gel kaufen, dann sollten sie auch an andere Kinder so geben, weil es ist einfach ziemlich lecker. Und ich werde euch im nächsten Video einfach über die weiteren Produkte von Forever einfach berichten. Und meine Erfahrung ist, das Produkt habe ich auch selbst benutzt und bin wirklich sehr sehr positiv überreicht über das Ergebnis. Und von daher ganz besonders, weil es einfach reine Aloe Vera Gel ist, also keine Zusatzstoffe und keine Stoffe, die sie zum Beispiel Krebserreger, wie zum Beispiel Krebserreger oder diese Stoffe, wo man wirklich nicht so gut für den Körper ist. Also, bei mir, das Produkt ist wirklich auf der ersten Stelle und ich würde gerne immer dieses Produkt benutzen. Für mich und für meine Kinder ist es wirklich das beste Produkt und genauso auch wie diese Gel, Aloe Vera Gel, es ist wirklich das beste Produkt auch. Und ich freue mich auch, das nächste Video wieder mit euch zu teilen und falls sie vielleicht mich kontaktieren wollen, dann schreiben sie mich einfach, ich werde einfach in Kontakt mit ihnen in Verbindung setzen und von daher schreiben sie einfach ihre Kommentare und ich werde einfach...